... weil ich habe keinen Videorekorder, dann wäre ich euch sehr verbunden. Ich würde sagen, wir machen ein klitzekleines Päuschen und dann kommen wir zum Thema der Woche, wie immer, zum Star Wars Talk. Kurzes Päuschen, bis gleich. So machen wir es. So, schönes Päuschen gehabt, noch ein bisschen aufgeregt über Synchronsprecher oder Neusynchronisierung. Aber jetzt zum wichtigen Teil. Wir sind beim Star Wars Talk und ich habe gestern einen kleinen Artikel gelesen über Colin Trevorrow. Jetzt fragt sich Dessart, wer ist Colin Farrell? Ja, Trevorrow. Das ist der Mann, der uns Jurassic World gegeben hat und Jurassic World 2. Dann mag ich ihn schon mal. Ja, magst du Jurassic World? Ich auch. Viele fanden den jetzt irgendwie gar nicht so geil, wobei ich mir denke, es ist ein Dinosaurier-Film. Also, keine Ahnung. Ich mochte den und ich war auch fein damit, dass er Episode 9 macht. Das war nämlich ursprünglich der Drehbuchautor und Regisseur für Episode 9. Wurde dann von Kathleen Kennedy gekündigt, aufgrund von Differenzen. Und J.J. hat ja dann das Ruder übernommen für Episode 9. Und laut J.J. Abrams war Palpatine von vornherein Plan der Saga. Also, es war grundsätzlich darauf ausgelegt, dass Palpatine in Episode 9 zurückkehrt. Colin Trevorrow hat gestern gesagt, ich hatte nie vor, Palpatine zurückzuholen. Also, J.J. hat wohl in einem Meeting, als er zu Star Wars zugestoßen ist, vorgeschlagen, dass man das doch eventuell machen könnte. Und Trevorrow hat dann wohl einfach nur abgenickt, so nach dem Motto, na klar, machen wir schon. Aber dann in dem Sinne, das werde ich auf gar keinen Fall machen. Also, ist die Darlegung, dass dieses Outline, was J.J. angeblich hatte, wohl eher mehr so eine Idee gewesen und kein komplettes Outline, dass man sagt, das machen wir, da wollen wir hin, das ist der Endgegner. Und dann ist es ja am Ende doch eine Notlösung jetzt von J.J. gewesen. Ja, aber wäre es ja sowieso, weil ich meine, wenn jeder einen eigenen, also praktisch, wenn du sagst, die Story war ja sowieso nicht von vorne bis hinten durch und jeder einen eigenen Teil machen darf, wenn man es so sagen kann, dann hätte ja jeder seine eigene Idee reingebracht. Und dann hast du ja am Ende drei Filme, die im optimalen Fall das Ende. Ja, ich revidiere meine Aussage. Es ist keine Notlösung, weil wenn J.J. den Gedanken von vornherein hatte, hatte er wahrscheinlich sogar einen möglichen Ausgang der ganzen Saga im Kopf. Und Trevorrow war dann wahrscheinlich einfach anderer Meinung am Ende so. Ja, das war es auch schon. Ich wollte nur ganz kurz das reinwerfen, weil ich es gestern gerade, es sollte eigentlich gar nicht Bestandteil von heute sein. Ich habe es gestern nur kurz vor Jäger des verlorenen Schatzes, Jäger des verlorenen Synchronsprechers gelesen und fand es sehr interessant. Aber Trevorrow wird trotzdem bei den Endcredits erwähnt werden. Also er wird trotzdem Teil von Episode 9. Werden bestimmt ein, zwei Ideen von ihm genommen haben, Rey und Kylo kämpfen. Okay, das ist wahrscheinlich auch bei J.J.'s Variante so, aber trotzdem hat er ja bis zu einem gewissen Punkt an dem Film mitgearbeitet oder an dem Drehbuch. Und ich bin mir sicher, dass die zwei, drei Sachen aus der Story auch nehmen werden. Da bin ich sehr gespannt. Und zwar, als ich beim Joker war, kam ja der Star Wars Trailer und den sieht man im fetten Kino. Das sieht dann nochmal schon ein bisschen geiler aus als auf dem Fernseher. Ich verstehe das gar nicht. Ich bin irgendwie hundertmal mehr im Kino als alle anderen, aber den Star Wars Trailer habe ich noch nicht einmal im Kino gesehen. Ich habe gehofft, gehofft und ich meine, die Werbung waren glaube ich 30 Minuten. Welchen denn? Den Teaser oder den Trailer jetzt? Den Trailer, den richtigen, komplett den langen. Wo man auch die ganzen Sternen zerstört. Lange habe ich gewartet. Übrigens auch Palpatine, neuer Synchronsprecher. Wie ich das noch finden soll. Ich werde offen sein. Ich habe mich schon mit angefreundet. Ich bin ja am Ende ganz gespannt, wenn die Reihe komplett fertig ist. Eigentlich hätte man dann JJ alles machen lassen können. Dann ist halt dieser siebte Teil, äh der achte Teil, ist dann sozusagen nicht von ihm. Also nicht von Rian Johnson. Ja. So, ja. Aber da sind wir eigentlich auch gleich beim Thema. Nachdem wir die letzten Folgen sehr eindringlich auf Episode 8 eingestochen haben, möge man vielleicht annehmen, dass die neue Trilogie einem nicht so sehr zusagt. Oder die neuen Star Wars Filme im Allgemeinen. Das ist aber nicht so. Also bei mir zumindest nicht. Ich habe sehr viele Kritikpunkte, aber ich habe zum Beispiel auch sehr, sehr viele Sachen, die ich richtig gut finde, die ich mag. Und darüber wollte ich heute mal ein bisschen mit dir debattieren. Ich weiß nicht, ob du dir Notizen gemacht hast oder irgendwie so. Aber wollte mal mit dir darüber reden, was dann gut gelaufen ist bei den neuen Star Wars Filmen. Episode 7, Rogue One, Episode 8 und Solo is Star Wars Story. Also für mein, also ich mag es sowieso, Star Wars Filme zu sehen. Weil man hat ja lange Zeit sehr wenig gesehen, weil es einfach gedauert hat. Und jetzt kriegt man auf einmal so einen ganzen Schwall von den Filmen. Und das finde ich auf jeden Fall sehr gut, weil es dann Spaß macht, einfach dem Universum, sag ich mal, beizutreten. Und einfach zu sagen, geil, ich freue mich jetzt jedes Jahr im optimalen Fall auf einen Star Wars Film einfach. Und mal, wie du schon mal gesagt hast, es gibt halt Dinge, die nicht so gut sind, aber so im gesamten Konzept macht es ja Spaß, das Ganze zu sehen. Es ist trotzdem immer wieder ein Ereignis. Das ist es, ja. Und man weiß ja nicht, mit was man rechnen kann. Maximal hat der Trailer. Aber dann muss ich ja doch sagen, beim ersten Mal sehen war jetzt kein Absturz dabei. Da würde ich trotzdem sagen, auch bei Episode VIII, wenn man da so ein bisschen, ist trotzdem halt die Endszene, wo die beiden miteinander kämpfen mit Lichtschwerden. Das ist schon geil, da kriegt man schon Gänsehaut. Auch diese Bildgewalt, wenn man die ganzen Sternen zerstört, die Supersternen zerstört. Sowieso optisch sind die neuen Star Wars Teile ja einfach fast, bis auf Ausnahmen, wenn ich jetzt Canto Bight, die Casino Szene weglasse. Und selbst das Casino ist ja der Hammer. Naja, es geht ja nur um dann, wenn die Tierchen da rumrennen, die sehen die Filme ja einfach nur nahezu makellos aus. Also zumindest für mein Auge. Ich bin jetzt kein Visual Effects Guy, der da groß voll die Ahnung von hat. Aber rein für mein Auge sehen die neuen Filme einfach nur super aus. Und finde, dass die Jungs von Lucasfilm auch von Mal zu Mal wirklich einfach immer besser werden. Und in ihrem Rahmen schon die Sachen nach vorne drücken, was dann geht. Das widerspricht ein bisschen dem, was ich letzte Woche gesagt habe, dass Disney ein bisschen hinterherhakt, was das Puschen angeht. Aber das machen die Jungs und die Mädels ja da von ganz alleine in ihrem Sinne. Also wenn du dir so einen Sternzerstörer aus Episode 3 anguckst und dann aber in Rogue One, das sieht aus wie ein gebautes Modell. Absolut. Ja, und sieht einfach nur Hammer aus. Ein weiterer Punkt für mich, der einfach gnadenlos super immer ist, auch wenn nicht alle Star Wars Filme mehr von John Williams gemacht werden, ist es aber der Score im Allgemeinen. Aber John Williams insbesondere. John Williams hat es einfach immer noch drauf. Ich meine, der Mann ist mittlerweile wahrscheinlich um die 207. Also wenn es einen Mensch gewordenen Yoda gibt, dann ist es John Williams und auch genauso mächtig. Also der Medichlorianwert in John Williams liegt weit über 20.000, würde ich sagen. Weil als Episode 7 rauskam, meinten viele, der Score ist nicht ganz so prägnant wie die anderen. Das halte ich aber für Schwachsinn, weil man die anderen einfach über 20 Jahre lang, wenn man auf Soundtracks steht und so weiter, sich so einverleibt hat, dass man das Neue auch erstmal sacken lassen muss. Und ich finde vor allem Rey's Theme und das Kylo-Thema mega. Oder generell, der ganze Soundtrack von Episode 7 und auch von Episode 8 ist sehr, sehr stark. Also score-technisch finde ich sowieso, dass man auf jeden Fall die Hammer-Tracks hat. Was mir jetzt gerade so einfällt, ist so überhaupt Star Wars score-technisch der Mandalorianer. Finde ich mega den Score. Ich mag den sehr, sehr wüstenmäßig und es passt sich halt immer irgendwie genau diesen Gegebenheiten an. Und aber auch komplett frisch. Also das ist jetzt nicht John Williams, aber es klingt so frisch und, na egal, über den Mando reden wir gleich noch im Mando-Spoiler-Talk. Ja, eine neue Rubrik, solange die Serie läuft. Aber ja, muss ich dir recht geben, erinnert mich auch ein bisschen an Solo, weil da der Score war auch ein bisschen Cowboy-mäßiger. Wenn das ein Begriff ist. Du siehst aber heute ein bisschen Cowboy-mäßig aus. Ja, klingt mir ein bisschen zu Cowboy-mäßig. Bisschen abenteuerlastiger. Genau. Dann eine Sache, die ich liebe in den neuen Star-Wars-Filmen, beziehungsweise direkt in Episode 7, sind die ersten 35 Minuten. Episode 7, die ersten 35 Minuten sind für mich perfekte Star Wars, weil es gibt Anlehnungen an Episode 4, aber in den ersten 35 Minuten halten die sich in Grenzen. Klar, Paul nimmt die Pläne oder die Karte zu Luke und Kylo erscheint wie Darth Vader in Episode 4, aber so im Großen und Ganzen ist das eine sehr eigene kleine Story, bis zu dem Moment, wo sie Jakku verlassen. Es ist spannend, es sieht gut aus, es ist witzig, es ist nicht zu witzig, es hat sehr viel Charakteraufbau, zumindest für meinen Geschmack. Diese kleine Szene mit Rey, wenn sie da den Berg runterrodelt, ganz zum Anfang, nur Musik, total ruhig und das nachdem diese ganze große Anfangssequenz mit den Sturmtrupplanen oder mit der ersten Ordnung, wie sie da das Dorf angreifen und dann auf einmal kommen, gefühlt, 20 Minuten Ruhe mit Rey. Es sind aber nur 3, 4 Minuten, aber es fühlt sich einfach so an, als würdest du den Charakter richtig gut kennenlernen in der kurzen Zeit. Das ist auch immer was Schönes, wenn man so diese ganzen Action-Szenen hat, dann erstmal so eine kleine Beruhigung. Ja, dass man wirklich die Bilder sich anguckt hat, ich fand auch mega cool diesen abgestürzten Sternzerstörer, den man dann sieht. Und auch die Verfolgung, fand ich alles mega cool gemacht, also da hatten wir ja eh schon von den Visual Effects absolut Hammer und man fühlt sich sofort in Star Wars reingezogen. Eben, und da bis zu dem Zeitpunkt dachte ich mir, das kann tatsächlich der beste Star Wars Teil werden. Der Film flacht dann ein bisschen ab, meiner Meinung nach, holt aber mit der Schlusssequenz, das ist auch eine Sache, die ich an Episode 7 liebe, mit Luke Skywalker, nochmal richtig viel raus. Es ist einfach nur, Arc 2 liegt, also der Insel, auf der Luke verweilt, rutscht der Film für mich mächtig ab, so ein bisschen. Es gibt trotzdem gute Momente noch, aber meine Aufmerksamkeit ist da einfach nicht so präsent die ganze Zeit. Aber wenn Luke erscheint, oder schon wenn sie anfängt, da den Berg hochzuklettern und dann die Musik. Ja, Autotune mache ich später. Also mystisch fast schon. Ein absoluter Cliffhanger, wenn man ja dann nur noch darauf wartet. Im wahrsten Sinne des Wortes, weil er an der Klippe steht. Der Cliffhanger. Ja, Luke Cliffhanger. Was ich auch vielleicht hier so, diese ganze Luke Story ist ja nicht erzählt und ich wünsche mir noch immer von Disney einfach eine Luke Skywalker Serie. Ich wünsche sie mir, weil es gibt so viel zu erzählen zwischen Episode 6 und 7. Ja, aber wenn Disney vielleicht etwas jetzt gelernt hat, dann, dass es schwer ist, auf Nostalgiecharaktere zu setzen. Weil das haben sie mit Solo versucht. Das hat mäßig geklappt, bis gar nicht, zumindest finanziell nicht. Langsam kommen die Leute ja rum, gucken den Film und sagen, ey, ist doch eigentlich ein ganz guter Film. Aber die erste Resonanz war halt katastrophal. Und wahrscheinlich werden sie sich jetzt erstmal... Vielleicht ist Solo einfach nicht der Charakter, den man wirklich sehen wollte. Weil ich meine, Luke Skywalker hat doch noch schon mal ein bisschen mehr zu erzählen, finde ich, als Solo. Im Allgemeinen. Ja, aber die werden sich erstmal nach Zahlen richten. Gut, das stimmt natürlich nicht. Wenn Solo jetzt abgekackt ist, und das ist er, mit dem Millennium Falcon einfach keinen Hoch bekommen. Einfach gar keinen Hoch bekommen. Da werden die jetzt wahrscheinlich erstmal Abstand nehmen. Ich glaube, dass sie erstmal auf neuen Content setzen, neue Charaktere. Und vielleicht ist das auch erstmal richtig so. Ich weiß es nicht. Wenn Disney morgen veröffentlicht, dass Sebastian Stan die junge Verkörperung von Luke Skywalker darstellen wird, dann bin ich auch dabei. Kannst mir aber aus Business-Gründen, Business-Seite gerade gar nicht vorstellen, dass das passiert. Also ich kann es mir, wie du schon sagst, wegen Solo nicht vorstellen. Aber, aber, wenn wir einfach ein bisschen ins Traumland gehen und uns überlegen, was möglich wäre. Wir sind ja im Movie-Typia. Luke Skywalker, wie er Kylo ausbildet. Wie nochmal die Beziehung zwischen Han, Lea, gut, Han kommt nicht zurück als Harris-Word. Aber das Ganze, ja, dann vielleicht noch sogar, wir wissen noch nicht, was mit Rey los ist am Ende. Aber vielleicht das noch. Also es könnte eine Serie sein, die dieses Stück, die vielleicht das wichtigste Stück sein könnte, zwischen zwei Teilen. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass das als Roman erscheint, ist um einiges höher, glaube ich. Bin ich auch dafür und dann, dass du es einsprichst, dann höre ich es mir an. Darf ich nicht mehr. Darf ich einfach nicht mehr. Wir fragen mal. Oder wir fragen mal. Wir fragen. Ja. Eine weitere Sache, die ich wirklich Hammer finde, ist die Dynamik zwischen Rey und Kylo. Und zwar in jeder Szene, in der die zusammen sind. Sowohl in Episode 7, als auch in Episode 8. Jede einzelne Szene mit den beiden sorgt dafür, dass ich wieder in den Film eintauche, egal was vorher passiert ist. Und das sind tatsächlich die Momente, wenn ich den Film gucke, wo ich wirklich voll dabei bin. Wo ich einfach das immer schade finde, wenn es dann wieder zu Finn und Rose geht. Tatsächlich habe ich auch darüber nachgedacht, dass diese Momente halt sehr stark sind, weil man da wissen will, was passiert. Und die Nebenhandlung, wenn man so will, ist gar nicht so uninteressant. Also da hätte man locker sagen können, schneid mal das raus, erzählt das irgendwie in fünf Sätzen und lasst lieber diese Hauptcharaktere miteinander spielen. Lass das. Ich meine, die Trilogie soll ja am Ende wohl deren Trilogie sein. Dann gebt denen doch Zeit. Ich meine, der Film ist zweieinhalb Stunden lang. Rey ist für mich interessant. Kylo ist für mich interessant. Die Dynamik zwischen den beiden ist so, da herrscht richtige Spannung. Und ich rede hier nicht von Reylo. Es gibt ja diese ganzen Zeichnungen, das muss ich rauspiepen wahrscheinlich, weil sonst werden wir gesperrt. Aber diese ganzen Momente zwischen den beiden sind so stark und auch gut. Also mich interessiert ja Schauspielerei jetzt an sich nicht so. Aber ich habe das Gefühl, dass zwischen den beiden wirklich eine Chemie da ist. Vielleicht nochmal auf die Serien bezogen, so allgemein im Star Wars Universum. Wir sind ja eher in den Neuen. Du kennst dich ja mit den Serien viel besser aus als ich. Obwohl ich liebe ja, ich liebe die Clone Wars Serie, die gezeichnete. Die allererste. Die allererste mit Mace Windu. Von dem Zeichner von den Powerpuff Girls. Echt? Ja. Tatsächlich, wenn du jetzt so sagst, sieht man das. Ja. Ja, fand ich mega. Fand ich wirklich dieses übertriebene Hammer. Ja, finde ich auch sehr gut. Der erste Auftritt von Asajj Ventress. Ja, die Schülerin von Count Dooku. Dann auch die Storyline weitergeführt in der animierten Serie Clone Wars. Da bist du gar nicht so drin. Das müssen wir ändern. Tatsächlich werde ich mir demnächst wirklich für den Podcast das ganze Zeug mal reinziehen. Und natürlich auch das Spiel. The Fallen Order. Ja, Fallen Order. Das ja Kanan ist. Also ich kann, wie gesagt, ich bin überhaupt gar kein Gamer. Aber meine Freundin zockt das nonstop. Und das, was ich sehe, bewegt mich fast. Also ich werde es nicht machen. Ja, ich will dir keine falschen Versprechungen machen, weil ich bin einfach mega faul, was so Gaming und so Zeug angeht. Aber es hat mich fast dazu bewegt, letztens einfach mal auch die Playstation heimlich anzumachen und das Spiel zu zocken. Weil es erstens so gut aussieht, interessant aussieht. Und die Geschichte auch Bock auf mehr macht. Also ich hoffe, du spielst es. Ja, deswegen würde ich gerade fragen. Nächstes oder übernächstes Mal oder wann auch immer. Du brauchst wahrscheinlich eine Weile. Weil Dessart, wie ihr wisst oder wissen solltet, ist ein Workaholic und hat nicht so viel Zeit für so ein Kram einfach. Deswegen muss ich mir nur die Zeit nehmen, um das mal in einem Rutsch durchzuhauen. Ja, du musst dir einfach denken, das ist jetzt beruflich. Ja, beruflich. Das ist für den Podcast, wo ich das spiele. Nur ohne Geld. Super. Ja, ansonsten war dann halt noch Rogue One. Ja. Alleine vom Worldbuilding, ja, der Planet Jedha oder generell der ganze Film fühlt sich richtig groß an. Der fühlt sich weit an. Das fühlt sich an, als würde das Universum dort nochmal eine eigene Geschichte, unabhängig vom Star Wars Universum. Ja, Jedi, Sith, bla bla bla. Sondern, als wenn das nochmal eine eigene Geschichte hat. Und das finde ich einfach mega interessant. Ich würde gerne ein Buch lesen, die Geschichte von Jedha. So, weißt du? Und wir haben einen richtig geilen Darth Vader. Ja, überhaupt Darth Vader in jeder Szene. Ich meine, er ist insgesamt zweieinhalb, drei Minuten im ganzen Film. Aber in jedem Moment, wo er da ist, spürt man einfach diese Präsenz. Und ich glaube, das hätte man auch leicht verkacken können. Ja, ich finde sowieso, Darth Vader ist für mich ein Charakter, der nach Episode 1, 2, 3 nochmal eine ganz andere Gewichtung bekommen hat. Weil man weiß, wer das ist. Ja. Und das ist nochmal richtig dieses, das ist wirklich sehr geil gemacht. Also, das hat mir Darth Vader noch viel extremer erschlossen, als wenn man nur 4, 5 und 6 sieht und so, Darth Vader ist krass. Ja, er nimmt deinen Helm ab, oh, das ist auch krass. Aber dann diese Geschichte, wie das dazu kam, das ist absolut mega. Und dann baut er sein Schloss auf dem Hügel, wo Obi-Wan ihm die Beine abgehackt hat. Super. Morgens Motivation, wofür eine Morningshow? Ich gucke einfach, wo meine Beine liegen. Genau, warum hasse ich die Welt? Wieder mal. Darum. Leckt mich doch alle. Ja, ansonsten auch Solo. Ich finde es einfach, dass der Film mega viel Spaß macht. Ich weiß, du bist jetzt nicht der größte Solo-Fan. Aber ich finde, dass der Film einfach von vorne bis hinten durchrutscht. Nicht zu sehr mit den Erwartungen des Universums spielt. Also, der Film ist ja auch relativ klein gehalten, was die Story angeht. Einfach in sich. Klar, ein paar cheesy Momente. Hey, Chewbacca, das ist mir zu lang. Da brauchen wir einen Spitznamen. Zwinker. Chewie. War Chewie? Und so. Klar, oder. Hm. Wie heißt du, Junge? Ich habe keinen Namen. Ja, wie heißen deine Eltern? Ja, ich habe keine Eltern. Hm. Lass mich kurz überlegen. Du bist alleine. Du bist Solo. Han Solo. Ja. Das hätte man nicht machen müssen. Aber das sind zwei Kleinigkeiten, über die ich einfach wirklich hinwegsehen kann. Und den restlichen Film finde ich tatsächlich super. Also, kriegt von mir, was würde ich dem geben? Ich würde den 8 von 10 geben. Hm. So. Ja. Noch Anmerkungen? Sonst würde ich zum Spoiler-Talk kommen. Er hat mich tatsächlich gut unterhalten, Solo. Ähm, ich bin halt immer jemand, der, wenn er ihn sieht und denkt, da kommt jetzt kein Zweiter mehr raus. Das ist dann für mich schade. Und das, das, genauso wie Darth Vader geiler wird, weil ich die Vorgeschichte kenne, wird der Film leider für mich ein bisschen geschmiert, weil ich weiß, da geht es nicht weiter. Das mag ich überhaupt nicht. Ja, warte ab. Es wird, es wird, in irgendeiner Form wird diese Storyline schon weitergeführt werden. Ich hoffe. Und Luke Skywalker. Ja, dann würde ich sagen, verabschiede ich mich von allen, die keine Lust haben, gespoilert zu werden, was den Mandalorianer antrifft, The Mandalorian. Wir haben nämlich die Ehre, Folge 3 zu sehen, sind schwer begeistert. Bevor wir spoilern, im Großen und Ganzen dein Empfinden von Folge 3? Also ich glaube allgemein, die Serie, wenn jetzt nichts passiert wird, das ist auf jeden Fall ein Meilenstein für das Star Wars Universum. Obwohl das gar nicht so sehr, ja, wie soll man sagen, das ist halt doch eine Side-Story. Ja. Da ist ja kein, zumindest jetzt noch nicht, kein Charakter, wo man sagt, so ein Luke Skywalker. Ja. Aber bis jetzt ist dein Wohlbefinden diesbezüglich noch sehr da. Gut. Dann jetzt die Spoiler-Warnung. Und jetzt geht's los. An Spoilern. Das war für mich die beste Folge bis jetzt. Es ist, ich war wieder der Prophet, also ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, was ich letzte Folge gesagt habe. Ich habe gesagt oder prophezeit, dass Baby Yoda abgegeben wird, dass er ihn aber auch wieder mitnimmt. Und es ist passiert und obwohl ich es mir gedacht habe, saß ich da und war gebannt einfach. Non-stop. Ich habe mir auf die Finger gebissen, weil ich wirklich Schiss hatte, dass er ihn jetzt da lässt. Vielleicht würde er in drei, vier Folgen wiederkommen und ihn dann nochmal abholen. So zum Schluss, Staffelfinale. Yeah, Yoda ist wieder mit am Start. Aber ich hatte wirklich Angst, dass er jetzt nicht zurückgeht. Und dann sieht er da den abgeschraubten Knopf. Und was ist das? Ja, also diese Serie ist völlig neben meinen Erwartungen. Ich habe ganz viel erwartet. Ich dachte, das wird so eine Badass-Serie. Nur so ein John Wick im Star Wars-Universum. Der kommt hier mal. Also mittlerweile hat man ja das Gefühl, den Mandalorianer sogar zu kennen. Stimmt, obwohl der noch immer sehr wenig redet. Ist das nicht komisch, was wir letzte Woche gesagt haben? Und jetzt nach der dritten Folge denkt man sich, ja, ich weiß ja ungefähr, wie er jetzt tickt und so weiter. Er ist halt einer, der kann viel. Also er ist auf jeden Fall ein Fighter. Er ist aber auf gar keinen Fall unbesiegbar. Man kriegt ja auch sehr viel mit, wenn diese Schmiede da gemacht wird und man diese Szenen sieht mit seinen Eltern. Die Flashbacks. Genau, das ist auch immer sehr interessant, weil dann kriegt man doch ein bisschen mehr Bezug zu ihm. Man hat ja noch immer sein Gesicht sozusagen nicht gesehen. Ich fand es interessant, in diesem Flashback versteckt er sich ja oder wird von seinen Eltern versteckt und wird ja dann gefunden von so einem Superkampf-Droiden. Das heißt, ich dachte ja, dass er sich versteckt und seine Eltern werden bestimmt platt gemacht und dass er seitdem sich durch die Galaxis so ein bisschen den Weg bahnt. Aber wie es scheint, wurde er vom Imperium sogar verschleppt. Also es kann ja sogar sein, dass er bei den Separatisten oder dem Imperium, je nachdem, also weil Superkampf-Droiden waren eigentlich eher so ein Clone Wars-Ding. Kann man da irgendwas noch draus ziehen, dass das jetzt ein Superkampf-Droide war, der ja eigentlich da nicht mehr hergestellt war oder weiß man wahrscheinlich nicht. Naja, es kommt auf die Zeit halt drauf an, wann das gewesen ist. Na, aber so alt kann er ja nicht sein, der Mandalorianer, oder? Also es ist Pedro Pascal, er ist glaube ich in seinen Mitte-Ende-Dreißigern und ich gehe erstmal davon aus, dass es Ende der Klonkriege war. Erstmal so jetzt, so Pi mal Daumen. Dann redet man ja da ständig von der Säuberung. Von welcher Säuberung reden wir? Reden wir von Order 66 oder reden wir von der Mandalore-Säuberung? Weil, wenn wir zu Rebels gehen, und du musst auch Rebels gucken, ich mach dir eine Liste, welche Folgen du wie in welchem Zusammenhang gucken musst. Gibt es Sabine Wren, ja, eine Kopf-Geld, ne, ist eigentlich keine Kopf-Geldung, es ist die Mandalorianer. Und sie hat Waffen für das Imperium gebaut, die das Imperium nutzen wollte, haben sie dann auch benutzt, aber um Mandalore zu zerstören, den Planeten und ihr Volk. Also der Planet ist zwar noch intakt, aber die Einwohnerschaft von Mandalore wurde mächtig reduziert durch diese Waffen, ja. Und es gab also eine Art Mandalorianer-Säuberung. Und das kann ja gut sein, dass das miteinander zusammenhängt, weil Dave Filoni ja auch beim The Mandalorian mit drinne hängt. Der hat ja vielleicht Jon Favreau ein paar kleine Notizen gegeben, pass auf, das und das passiert da. Ja, deswegen könnte er da vielleicht ein paar Erinnerungen daran haben und so weiter. Also, ich weiß es nicht genau, Mandalore dürfte eigentlich zu Zeiten der Klonkriege noch intakt sein, aber wer weiß, was die da machen. Wir werden es bestimmt noch erfahren, ohne Grund werden sie die Flashbacks schon nicht einbauen. Und es heißt ja auch nicht, dass zu Zeiten des Imperiums es keine Droiden, Superkampf-Droiden mehr gibt. Weil es gibt ja zum Beispiel auch in Episode 9 im Hintergrund, im Trailer, hängt ja auch so ein normaler Kampf-Droide aus Episode 1 und 2. Hängt ja da einfach mit so an der Wand. Das heißt ja nicht, dass es die nirgendwo mehr gibt, dass man die nicht nochmal neu rekalibrieren und neu konstruieren irgendwie kann. Es besteht also schon die Möglichkeit, dass da die Droiden nochmal auftauchen könnten, unabhängig von den Klonkriegen, denke ich. Da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Aber man sieht ja sowieso ganz viele Sachen, die zu denken geben. Alleine schon, dass praktisch die Restbestände des Imperiums da sind, dass die noch immer ganz gut Kohle haben. Oder besser gesagt, das Stahl. Das Besskall. Genau. Was sehr interessant ist. Dann natürlich, dass da doch der eine Wissenschaftler ist, der Baby oder beschützen will. Aus welchen Gründen auch immer. Aus welchen Gründen auch immer. Der Kloner. Ich sage ganz fest, dass es ein Kloner ist. Die Frage ist halt immer noch, ist Yoda ein Klon oder soll er geklont werden? Das werden wir wahrscheinlich erst irgendwann erfahren. Aber wir können ja mal ganz kurz die Folge beschreiben, was passiert ist. Es ist ja jetzt nicht so viel passiert. Es beginnt eigentlich damit, dass er Baby Yoda abgibt. Ja. Sich sein Beskar abholt, um sich seine neue Rüstung schmieden zu lassen. Oder zumindest einen großen Teil davon. Und erntet dafür nicht unbedingt viel Ansehen von seinen Mandalorianer Bros. Sondern er wird als Verräter abgestempelt, weil er mit dem Imperium oder mit dem ehemaligen Imperium zusammenarbeitet. Und das ist der Weg. Wird jedoch öfter von sich gegeben, von allen. Denn er bahnt sich ja nur seinen Weg als Mandalorianer. Und das ist irgendwie der oberste Kodex von denen zur Zeit. Warum die jetzt gerade zu dem Zeitpunkt ihre Helme nicht abnehmen dürfen und das werden wir hoffentlich alles noch erfahren, weil das ist mir bisher nicht so bekannt, dass die grundsätzlich nie, auch nicht beim Duschen oder was auch immer, ihren Helm abnehmen dürfen. Aber das wird schon noch alles kommen. Dann holt er sich eigentlich einen neuen Auftrag, umso weit weg wie möglich von Baby Yoda und seiner emotionalen Bindung, die er mittlerweile zu diesem kleinen, süßen Geschöpf hat. Und entscheidet sich dann beim Abheben dafür, dass er Baby Yoda befreien wird. Und tut das dann auch auf spektakuläre Art und Weise. Ja, tatsächlich, da sieht man, dass er es drauf hat. Ja. Besonders cool fand ich die Zwitschervögel. Das sind diese kleinen Stifte, die in seinem Arm versteckt sind. Und er erinnert mich sehr an Iron Man 1. Ja, diese Szene, wo er da die ganzen Leute fertig macht mit seinen kleinen, auch Iron Man Zwitschervögeln. Diese kleinen Mini-Torpedos. Sehr geil. Besonders gut fand ich, der Mandalorianer sitzt in der einen Situation relativ zum Schluss eigentlich in der Falle. Also ich konnte mir jetzt nicht vorstellen, wie er dort ordentlich entkommen kann und hatte fast die Befürchtung, auch wenn ich Baby Yoda liebe, darf man es auch nicht übertreiben. Und ich hatte fast die Befürchtung, dass Yoda jetzt wieder zum Todesschlag ausholt, wie man ihn halt kennt. Ja. Aber das tut er dann nicht, sondern auftritt der Mandalorianer als geschlossenes Team. Ja, vorher gab es noch Unstimmigkeiten und Streit untereinander und plötzlich kämpfen sie Seite an Seite und zwar in aller geilster Form. Ja, und das finde ich wieder geil, weil damit habe ich nicht gerechnet. Ich auch nicht. Ja, ich habe auch eher mit Yoda gerechnet. Okay, jetzt fährt er da mit diesen kleinen Druiden weg, das schafft er schon irgendwie. Verfolgungsjagd, schnell ins Schiff und weg, Serie zu Ende. Aber tatsächlich, dann kommen die von hinten und meinen, oh okay, jetzt geht es los. Und ich fand es richtig geil. Ja, auf jeden Fall. Also wirklich, ich habe richtig, ich habe richtig gefeiert und dachte mir, Alter, also ich war vorher schon dabei und auch im Laufe der Folge, weil ich die ganze Zeit so gefesselt war an, was macht er jetzt, schafft er das, macht er das nicht, bitte hol ihn ab, bitte verkackst nicht und so weiter. Und dann zum Schluss, das war wirklich die Kirsche für mich. Die Kirsche auf der Torte, wo ich mir dachte, Jungs, jetzt sind wir richtig im Game. Also jetzt geht es hier richtig los. Das macht Spaß, das ist spannend. Ich bin involviert in die Charaktere. Ja, ich habe Angst um Yoda, aber ich liebe Klein-Yoda auch. Ich habe Sympathie für den Mandalorianer. Ich habe sogar auch Sympathie für seinen Auftraggeber. Ich weiß gerade nicht, wie er heißt. Ja, der ihn dann zum Schluss noch aufhalten möchte und wird dann vom Mandalorianer angeschossen. Allerdings weiß Mando, dass er ja das Beskar in seiner Tasche hat und schießt ihn genau dorthin, um ihn eigentlich nur außer Gefecht zu setzen. Und ich bin mir sicher, dass das auch nicht der letzte Auftritt von ihm war, was ich auch gut finde, weil ich mag ihn. Und das ist eigentlich das große Plus jetzt nach drei Folgen der Serie, das große Disney Plus, dass man jetzt in alle Charaktere involviert ist, dass man jeden Charakter gut einschätzen kann, dass man jetzt weiß, wie man vor sich hat. Ja, die Welt des Mandalorianers hat sich mit Folge drei einfach vergrößert. Ich kann dir jetzt nicht sagen, wie es weitergeht. Also ich habe keine Prophezeiung. Das finde ich das Geile, dass man jetzt, weil es gibt ganz viel, wir haben noch mal seinen alten Ex-Auftraggeber, wir haben auch noch mal das Imperium. Ja, und das ist ja auch noch da. Die neue Republik wurde auch angesprochen. Ja, in dem, ja, wenn dir das Imperium nicht passt, geht zum mittleren Kern, beschwer dich und er sagt, das ist doch ein Witz. Und ja, einfach nur Hammer, ich bin richtig drin, Freunde und Kollegen, die das auf anderem Wege konsumieren, sind auch hin und weg und auch Leute, die sich eigentlich für sowas nicht interessieren, ja, die mit Ach und Krach sich die Filme irgendwann mal auf Netflix angucken, wenn es denn da läuft, sind zutiefst begeistert und das bin ich auch. Eine kleine Sache noch, da musst du mir jetzt sagen, ob du da Lust drauf hast oder nicht. Ich habe eventuell, weil ich nicht genau weiß, inwiefern das verbreitet ist oder nicht, einen massiven Spoiler, eventuell, vielleicht, maybe, wer weiß das schon so genau, was den Charakter des Mandalorianers betrifft. Und zwar hat Pedro Pascal in einem Interview den Namen des Mandalorianers einfach rausgehauen und ich glaube nicht, dass das beabsichtigt war. Oh, na dann, jetzt bin ich gespannt. Also du bist... Ich bin dabei. Du bist dabei. Meinst du, es ist Boba Fett? Dass er Boba Fett ist. Dass er Boba Fett ist. Also für mich ist Boba Fett vom ranzigen Loch gefressen worden. Vom Sarlackpit. Genau, man hat es zwar nicht hundertprozentig gesehen, glaube ich, aber man hat gesehen, wie er reingefallen ist. Also eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Gut, aber es gibt ja in den Büchern so einige Anspielungen, dass eine Boba Fett Rüstung gefunden, also es gibt ja schon Anspielungen, dass er es raus geschafft hat. Laut Pedro Pascal ist er nicht Boba Fett, sondern Din Djorin. Das ist jetzt kein spezieller Charakter, den man kennen muss, aber das ist ja schon mal was. Es ist kein spezieller Charakter, den man kennen muss. Also er wird nicht irgendwann den Helm abnehmen und man sagt sich, alter Mace Windu. Achso, ich dachte, das alter Boba Fett hätte ich wahrscheinlich nicht erkannt. Nee. Sondern, dass er wirklich ein komplett neuer Charakter ist, der tatsächlich Mandalorianer ist. Nicht so wie Boba, der so ein Fake Mandalorianer ist, sondern Din Djorin. Da bin ich sehr gespannt, so wie du schon angesprochen hast, vielleicht ist jetzt Disney einfach dabei, sich sein eigenes Star Wars zu bauen sozusagen und vielleicht so ein bisschen eher auf die alten Charaktere zu verzichten. Und wer weiß, vielleicht ist auch Baby Yoda, hat gar nichts mit Yoda zu tun möglicherweise. Abgesehen von der Spezies. Genau, abgesehen von der Spezies, die es ja sowieso gibt. Zwar sehr selten anscheinend, aber die gibt es ja trotzdem. Ich meine, wenn die bis 50 so klein ist und sich nicht wehren kann, dann ist schon klar, warum es so weniger davon gibt. Vielleicht, ja. Vielleicht ist das eine Begründung, dass es einfach eine sehr, sehr klein gehaltene Spezies ist, dessen Überleben erst ab 70 gewährleistet ist. Ja. Ohne Schutz. Ja, ansonsten Regie geführt hat Deborah Cho. Bisher auch völlig unbekannter Name. Übrigens die aller, allererste Frau, die eine Star Wars überhaupt irgendwas Regie geführt hat. Also sehr beeindruckend, finde ich. Und sie ist auch diejenige für die Zukunft, die das komplette Obi-Wan-Kenobi-Projekt in Angriff nimmt. Und da habe ich richtig Bock drauf. Also das war eine Feuerprobe, die sie mit Bravour bestanden hat, meiner Meinung nach. Weil da war Action, Herz, Spannung und Star Wars in diesem Überraschungsei jetzt in Folge 3 drin. Und die sind ja sehr kurz, muss man noch immer sagen. Ja, aber das hat mich in der Folge nicht gestört, weil, ja, das ist halt das, was ich schon meinte. Je mehr Folgen kommen, desto größer wird ja die Geschichte und so nennt man es halt als weiteres Puzzleteil. Und dadurch, dass er Baby Yoda mitgenommen hat am Ende und in den Hyperraum gesprungen ist, war es für mich schon mal ein schöner Abschluss für dieses erste, ja fast Drittel der ganzen ersten Staffel jetzt. Deborah Cho, ich hoffe, wir hören noch einiges von ihr, weil das war bis jetzt zumindest meine absolute Lieblingsfolge. Ich weiß nicht, wie gut sie funktioniert hätte ohne die ersten beiden, ja, also die haben halt sehr gute Vorarbeit auch geleistet. Aber jetzt sind wir in der Spur, also komplett. Ich freue mich unfassbar doll auf die nächste Folge. Ja, jetzt freut man sich richtig. Ja. Und bin auch dabei jetzt gerade Rebels, also die ganzen Mando-Folgen und auch Clone Wars gibt es einen Haufen Mandalorianer-Folgen, um einfach mal den Lore noch ein bisschen zu verinnerlichen nochmal, weil ich bin ja der Meinung, dass das Dunkelschwert, hast du schon mal vom Dunkelschwert gehört? M-m. Dass das seinen großen Auftritt bekommt und wo ein Dunkelschwert ist, ist auch ein rivalendes Lichtschwert nicht weit, meiner Meinung nach. Kann mich auch irren, aber bisher lag ich mit meinen Prognosen ja nicht ganz falsch. So, ja. Ich glaube, das war es fast für heute, oder? Ja. Hast du noch irgendwelche großen Star Wars- Ankündigungen. Ankündigungen oder Mitteilungen? Ich werde mal in Foren streuen, dass mal eine Skywalker-Serie gemacht werden sollte. Also du wirst das anstoßen. Oder das Buch. Oder du sagst mir Bescheid, wenn es das Buch gibt. Ich bin mir sicher, es wird ein Buch kommen in den nächsten zwei Jahren. Ich glaube, wenn die Skywalker-Saga jetzt abgeschlossen ist nach Episode 9, also ich könnte mir fast sicher sein, dass das sogar schon in Arbeit ist. Erstmal warten, bis 9 zu Ende ist, dass der ganze Kreis geschlossen ist. Der Kreis schließt sich. Und dass man dann auch getrost die ganze Story raushauen kann in einem Buch, dass man sagt, ah, deswegen sagt er in Episode 9 so, deswegen macht er in Episode 8 so, deswegen macht er in Episode 7 nichts und so weiter. Ja. Aber ich bin weiterhin gespannt. Es war eine sehr gute Star Wars-Woche wieder und auch eine sehr gute Filmwoche. Ja. Wir hauen das jetzt wöchentlich raus. Wir hauen das jetzt wöchentlich raus. Ja, wir haben letzte Woche gesagt, wir machen das jetzt alle zwei Wochen, aber wir merken einfach, der Content ist einfach da und unabhängig von, wie schnell das jetzt hier wächst mit dem Podcast und mit YouTube und völlig unabhängig davon, es ist so viel Content da, den wir auch aktuell raushauen wollen, sodass wir das dann einfach jeden Mittwoch, so gut es geht, rausballern und freuen uns jetzt schon mega über eure Reaktionen bisher. Ist alles sehr positiv. Ihr könnt auch Negatives raushauen, das stört mich auch überhaupt nicht. Hauptsache Interaktion. Wenn ihr Fragen habt oder Themen, dann schreibt uns die einfach runter bei YouTube oder wo können die Leute dich finden? Genau. Wir haben ja einfach einen Link, wo ihr uns finden könnt unter den YouTube-Videos und auch im Podcast bei iTunes einfach reingucken. Ansonsten Instagram desatzik. Genau. Bei mir ist es Darth Schulz. Und dann würde ich sagen, war es das für heute. Ich freue mich auf nächste Woche und dann verabschiede ich mich für heute. Bis nächste Woche. Möge die Macht mit euch sein. Immer. Ich komme wieder.